Herzlich willkommen liebe YouTuber im neuen Video und es geht heute nicht um Martini, könnte man fast meinen, nein, wir haben heute ein ganz tolles Thema, heute ist mal was, was ich noch nie gemacht habe und zwar es geht heute um Unterwasserpflanzen. Ja, die sind hier drin, aber da erzähle ich euch gleich ganz viel im Video und das kommt gleich nach der Intro, gibt es dann hier eine wunderschöne Gestaltung mit Unterwasserpflanzen. Bleibt mal dran. Aber bevor ich zu dem Video mit den Gläsern komme, guckt mal wie schön das Licht in diesen Wasserpflanzen drin ist, zeige ich euch nochmal eine Besonderheit und zwar, wir versuchen natürlich auch beim Kollektionswechsel gewisse schöne Stücke zu einem Sonderpreis auch zu verkaufen und es gibt hier dieses tolle Windlicht mit Seil, mit dieser ganz tollen dicken Vase, ja mit dieser super dicken Vase, man sieht also gegen meinen Finger, wie dick die ist und mit Kerze drin, die Abmessung schreibe ich euch nochmal rein, zum super Sonderpreis von 35 Euro verkaufe ich das, plus 7 Euro Porto und das ist jetzt also ein Special Offer, first come first serve und was da ganz toll ist, ist wenn die Kerze brennt, also der Kerzenschein, der fällt dann so in Streifen an die Wand, ja das ist ganz malerisch, haben mir schon manche auch geschrieben und haben mir sogar schon Fotos geschickt und das ist sowohl mit Kerze toll, als auch, hier haben wir unten Sand reingemacht, als auch als Vase, ja da kann man das Glas einfach rausnehmen, dieses schöne dicke Glas und kann das als Vase verwenden und da kommen auch noch ganz tolle Videos von mir, wie man Vasen, bei denen eigentlich die Öffnung zu groß ist, für einen Strauß gut nutzen kann und da habe ich einige Ideen in den nächsten Wochen, aber ich wollte euch mal dieses Sonderangebot und das ist hier auch noch mit diesem schönen, ja mit diesem schönen, das ist in Silber das schimmert nur so, weil mein Handy gelb ist, so mit diesem schönen silbernen Schildchen ist das, ja dekoriert Heißen die Unterwasserpflanzen oder Wasserpflanzen? Das sind wirklich Unterwasserpflanzen So, also ich habe hier ich habe was ganz tolles mitgebracht das kann man in Gläsern kultivieren oder auch im Teich und das sind so Pflanzen ja die sehen so aus wie ja so fast wie so Tannenbäumchen die nennen sich Hornkraut ja und die gehören zur Familie der Hornblattgewächse die bilden keine Wurzeln sondern die schwimmen tatsächlich im Wasser ja die schwimmen immer so und ich glaube ich muss euch da einfach mal zeigen wie man das macht weil da gibt es immer so einen da gibt es immer einen Stiel und dann das sind wie so kleine Schirmchen wo die so auseinander gehen und wachsen ja man sieht es ja auch und diese Pflanzen ja man kann da einen wunderschönen kleinen im Glas sich einen wunderschönen kleinen Teich anlegen ich mache jetzt erstmal die Basis dazu so heute ist es nass ich brauche immer mal ein Geschirrtuch dazu so die Basis für unser Arrangement das ist ein Glas natürlich Klarglas ist ja eigentlich logisch ja weil sonst kann man ja gar nicht so schön diese Pflanzen sehen man nimmt jetzt ein paar Steine ja zur Deko weiße Steine sind sehr schön wenn ihr weiße Steine im Baumarkt kauft dann wascht die erstmal weil die sehen die sehen total milchig aus wenn man die nicht wäscht also das ist ganz ganz wichtig weil sonst gießt ihr hier das Wasser auf und dann habt ihr eigentlich nur noch nur noch Milch ja dann nehme ich mal meine schönen Pflanzen also die kann man in den Teich im Teich nehmen oder ja wachsen lassen die haben keine Wurzeln diese Pflanzen sondern die wachsen wirklich so am Stiel die wachsen weiter im Wasser das sind also freischwimmende Unterwasserpflanzen wenn mal sowas ein bisschen braun wird dann würde ich das wegtun und wichtig ist auch wenn man das im Glas wenn man diese Pflanzen ins Glas nimmt und ich trenne das jetzt mal so schön nach Längen dann sollte man jetzt nicht sagen ach das wäre so schön jetzt noch eine Blüte dazu zu legen nein auf keinen Fall diese Pflanzen es ist auf jeden Fall gut die alleine mit den Steinen im Wasser zu lassen weil die kommen auch mit wenig Licht aus die reinigen das Wasser und das Wasser bleibt wirklich ganz toll sauber aber es darf nichts anderes dazu ja wirklich nur ein paar Steine und diese Unterwasserpflanzen jetzt habe ich es bald alles getrennt ich muss erstmal schön Ordnung machen ich habe eigentlich schon viel vorbereitet für das Video vorher aber man sieht es gibt doch immer wieder was zu tun so die ist jetzt nicht perfekt genug die tue ich weg und der Grund warum ich hier so sortiere es ist ich wollte jetzt eigentlich mal so kleine Stückchen so jetzt tue ich mal mein Schwimmbecken weg so ich wollte jetzt so kleine Stückchen nehmen von diesen schönen Pflanzen und wichtig ist für mein Arrangement dass ich diese Unterwasserpflanzen verankere verankern kann ich sie indem ich einen Stein nehme und diesen Stein so und diesen Stein auf die Pflanzen drauf lege warum ich das mache das wird man gleich sehen so die anderen die größeren die brauche ich jetzt noch für meine anderen Arrangements aber jetzt machen wir schon mal den ersten Test den ersten Live Test in meinem schönen Martini Glas das ich jetzt ganz fülle so und es ist tatsächlich so dass dieses ja dass das Wasser dass das Wasser ganz toll ja richtig schön sauber bleibt ja durch diesen selbstreinigendeffekt diese Pflanzen sind auch im Teich vorbeugend gegen Algen und jetzt kann ich natürlich das Martini Glas nicht mehr so hoch nehmen aber man sieht schon die sind unten verankert die steigen nach oben die wollen an die Oberfläche und wenn man dieses Glas dann so ein bisschen erhaben am Fenster zum Beispiel hinstellt dann kann man das wunderschön auch wenn die Sonne hier so ein bisschen durch scheint dann sieht das ganz toll aus also ich würde dieses Glas ruhig höher stellen das ist sehr sehr schön ja ich genau jetzt mache ich das ganze mal nochmal in ein Glas das etwas tiefer ist beziehungsweise in dem hohen Martini Glas es ist natürlich auch sehr schön dass man so ein kleines Duo machen kann ich nehme wieder ach Moment und ein bisschen Deko habe ich vergessen es ist natürlich auch immer schön wenn man noch diesen mediterranen Charakter betont und man kann einfach noch mit Muscheln dekorieren ja die kann man noch auf den Stein legen und die wachsen jetzt hier im Wasser schön weiter und ich denke wenn man so also ich wechsle tatsächlich nur alle paar Wochen mal das Wasser das reicht bei denen und öfter mache ich das auch nicht so und jetzt zeige ich euch nochmal die sind ja auch ein Traum die sind so verzweigt wie schön ja also dann zeige ich euch nochmal in dem größeren Glas hier wie schön das ist wenn diese Pflanzen aufsteigen dazu muss ich auch wieder sorgsam die Verankerung schaffen so ich nehme Moment ich lege meine Pflanzen unter den Stein ja lege also die Steine da drüber habe also hier noch einen schönen großen Stein mit dem ich das Ganze verankern kann und ich hätte auch gern das an allen Seiten in dem Glas so dass die Pflanzen hier hoch kommen Moment muss ich den Stein noch einmal rausnehmen also das ist das ist so ein bisschen tricky man muss erstmal beim beim legen gut aufpassen so aber ich glaube jetzt ist das alles jetzt müsste das alles gut hinhauen wo sie Gießkannen nehmen so und jetzt ist das richtig spannend jetzt kann man nämlich gleich gucken die schwimmen immer an die Oberfläche und jetzt kann man gucken ob ich das ob ich die Verankerung gut gemacht habe so schwupp 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 und schon fangen sie an kommen sie so schön hoch cool oder ja und das ist so ein richtig kleines unter Wasser leben was 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 da was man sich da selber gestalten kann dann wie gesagt immer noch mal mit ein paar Muscheln dekorieren es gibt ja ein paar von euch die die mir von der Ostsee immer schreiben liebe Christina zum Beispiel oder von Rügen also ihr habt ihr seid alle im liebe Rosemarie ihr seid alle im Besitz von Muscheln mit Sicherheit ja und und diese Pflanzen wenn ihr die in den Teich machen wollt dann dann ist ganz ganz wichtig dass ihr im Herbst also die bilden sogenannte Winterknospen und die Winterknospen die müssen abgemacht werden und die die Grünmasse muss aus dem Teich raus die Winterknospen die sinken ja die sinken quasi auf den Boden und da wachsen die Unterwasserpflanzen wieder weiter oder ihr holt ein bisschen was rein ins Glas aber die sollten über den Winter nicht so im Teich bleiben weil dann wird das Wasser ja das wird verrotten und es wäre zu viel Grünmasse für den Teich ja und jetzt kommt wieder mal manche Fragen sagen ja auch ach Margit ich würde mir das gern auch selber so machen zu Hause ich würde euch Wasserpflanzen aber nur inklusive der Gläser versenden weil so furchtbar viele Wasserpflanzen haben wir nicht ja wir können ein bisschen was versenden das heißt ich würde euch die die Pflanzen natürlich einen schönen Beutelchen in dem Martini-Glas für 20 Euro versenden also Pflanzen plus Glas das kleine dann habe ich noch das große das für 25 Euro inklusive Pflanzen und das ist jetzt hier ein sehr schönes Glas weil das natürlich auch noch diese Wasserblasen diese hübschen dran hat das passt natürlich zum Thema Wasser ganz hervorragend und hier das dieses Glas wäre jetzt inklusive Pflanzen für 40 Euro das ist alles plus 7 Euro Porto aber dann könnt ihr mit diesen tollen Pflanzen eure eigene kleine Wasserkultur bauen ja also heute mal nicht Blumen und wie eingangs schon gesagt es eigentlich reizt ja so dass man denkt ach so eine schöne weiße Blüte ja könnte man ja nochmal mit schwimmen lassen nein auf keinen Fall die wollen für sich bleiben die gedeihen so ganz toll die Gläser bleiben toll sauber oder das Wasser und ich würde es nicht machen und wenn ihr es euch nicht verkneifen könnt wenn Besuch kommt legt eine Blüte dazu wenn ihr das wollt aber nicht in das Glas rein auf keinen Fall ja das war jetzt heute mal ein ganz anderes Video und ich finde es ganz ich finde es total faszinierend weil ich liebe dieses dieses buschige Grün ja und es also wirklich eine sehr sehr schöne Sorte ja und egal ob für eure Fensterbank oder für euren Teich es ist eine wunderschöne eine wunderschöne Deko die einfach mal was ganz anderes ist ich freue mich dass ihr bis zum Schluss in meinem Video dabei wart und ich freue mich dass ich euch das zeigen konnte guckt mal und zum Schluss gehe ich einfach nochmal an das Licht und so schön so schön sind diese tollen Pflanzen wenn man die gegen das Licht zieht das ist doch auch jetzt eine wunderschöne Schlussszene ihr Lieben viel Spaß beim Nachbauen eurer kleinen Teiche egal ob im Glas oder zuhause ganz liebe Grüße und auch Margit Tschüss bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017